Dieses Auf und Ab, es gibt Leute, das gibt es dann nicht mehr, also die behaupten, das gäbe es nicht mehr. Oder auf der anderen Seite, es muss es geben, so wie es nach unten geht, so muss es auch nach oben. Also quasi dann betonen, den abwärts, um dann darauf zu hoffen, dass daraufhin, also so ein Gummiboot nenne ich das. Immer wenn ich auf einer Seite drücke, dann kommt die andere Seite hoch. So läuft das leider auch nicht. Also wenn du nach unten drückst, dann geht es nach unten. Ob die Gegenreaktion nach oben kommt, das weißt du nicht. Aber wenn du dich nach unten orientierst, dann weißt du, nach unten geht es auf jeden Fall. Andersrum geht es auch. Und das ist nur schwieriger, weil dieses nach oben, kann man nur die Randbedingungen herstellen. Und dann gibt es, also dieses Auf und Ab gibt es immer. Aber man kann dieses Auf und Ab anheben. Also so, dass die Ditch, die Talsohlen quasi schon gefühlsmäßig, Körper- und Geistgefühlsmäßig schon in einem Bereich sind, wo man normalerweise sagt, oh, es ist ganz nett, es ist schon ganz nett. Und das ist quasi der tiefste Ditch. Und dann geht es noch höher, fühlt man sich noch besser, ist noch fröhlicher. Aber so eine, also nicht so ein Gackern, Gackern des Lachen, sondern es ist ein inneres Glücksgefühl, was man kultivieren kann. Also von diesem Auf und Ab ist es noch da, aber diese Wellenlinie, die steigt. Du hast ein höherwertiges Auf und Ab und das kannst du immer weiter nach oben anheben. Also die, es gibt ja unvermeidbare Einschläge im Leben. Wenn jemand stirbt, den du gerne magst, das tut weh, ist klar. Also die Wechselfälle des Lebens, du kannst ein bisschen dran machen, also dass weniger stattfinden. Das kann man auch machen. Aber sowas wie ein enger Verwandter oder ein Freund, dass der stirbt, ist so. Bloß, dass dich das dann so stark nach unten treibt, ist es nicht mehr. Also das kann man kultivieren, also nicht gefühllos werden, darum geht es nicht. Im Gegenteil, das habe ich schon mal gesagt, es scheint es so zu sein, dass Meditierende das noch extremer wahrnehmen. Im ersten Moment, dann aber eben loslassen können. Überprüfen, kann ich da was machen, kann ich nichts machen, okay, dann muss ich es nicht aufrechterhalten. Und wenn ich nicht meditiere, dann erkenne ich das nicht bei mir, diesen Mechanismus, und baue den immer wieder auf. Eine Sache, über die man sich Gedanken machen kann. Jetzt sitzen wir ohne Anleitung, denn eure eigenen Hindernisse sind eure Lehre oder euer Mantra oder euer Gebet. Aber macht es euch bequem. Macht es euch bequem, hier gibt es keine Notwendigkeit, irgendwas auszuhalten oder sowas. Nur es sind 20 Minuten, weil für viele am Schluss, so die letzten 5 Minuten, sind die ihnen dann zu viel. Das hat einen Sinn. Also das ist quasi so dieser Hubbel, bei dem man dann merkt, was wirklich los ist. Muss ich nicht aushalten, aber es wäre gut, ihn zu betrachten. Was passiert da in diesen 5 Minuten, wo ich dann sage, das wäre jetzt gut gewesen, jetzt dauert das noch länger. Und genau das ist der Lehrer. Also sich darauf einzulassen, weil da fängt das Lernen an, das Selbsterkenntnis. Und ich sage zum Schluss jetzt nichts. Es gibt zwei Holzklötzgeräusche und danach eine hohe Glocke. Das ist dann die Zeit, um sich zu fragen, wie geht es mir jetzt, wie liefen die letzten 19 Minuten. Und dann bleiben wir noch die letzten drei Abschlussgongs in Ruhe sitzen. Dann gucke ich nochmal in den Chat und dann schließen wir wirklich ab. Also wenn ihr Fragen habt, ich gucke zum Schluss nochmal in den Chat und freue mich auch über das Grüßen. Also wenn ihr Fragen habt, ich gucke euch mal in den Chat und ich gucke euch mal in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt, ich gucke euch mal in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt, ich gucke euch mal in den Chat. Also wenn ihr Fragen habt, ich gucke euch mal in den Chat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020